Meine Damen und Herren, die Künstler und die Gilde marschieren auf und sie dürfen noch einmal klatschen. So es ihnen gefallen hat und wenn es ihnen nicht gefallen hat, dann tut es ausnahmsweise heute auch klatschen. Bewegung ist gesund. Olé, Einzug der Faschingsgilde mit all ihren Vereinsmitgliedern und Künstlern. Ein großer Abend ist vorbei und ich bitte Olé. Auf Wiedersehen. Blau, Grün, Rot. Ich bin leider noch nicht blau. Ich werde es auch noch werden. Kein Öl vorbei. Liebe Nährinnen und Narren, wir hoffen, dass wir Ihnen für einige Stunden Frohsinn und Heiterkeit vermittelt haben. Ich bedanke mich im Namen des Präsidiums und der aufgetretenen Vereine und Darbieter für die Aktivitäten. Alle, einschließlich Franz Germbauer und unseren Rudeputz, haben sich bemüht, ein Spitzenprogramm für Rohrbach zu bringen. Liebe Nährinnen und Narren, dieses Abzeichen verdanke ich allen Rohrbacher Vereinen. Applaus für die Rohrbacher Vereine. Nicht für mich. Künstler sind Sie, Organisatoren sind wir. Eine kleine Anerkennung noch zu unserer, wie heißt es, Barbara Tisch, entschuldigen. Der möchte ich auch noch für Ihren Auftritt in die Wirtschaft, die Rohrbacher Medaille überreichen. Lieber Vizepräsident, macht gut das für mich. Sie hat sich, glaube ich, auch verdient. Eine Viertelstunde wird es jetzt dauern. Die Bühne wird umgebaut. Anschließend spielen die Wechselhandmusikanten zum Tanz. Ab Mitternacht, ab 12 Uhr, Rückfahrtdienst mit einem Taxi. Sie können ruhig in der Bar etwas trinken, dass wir ein bisschen ein Geschäft machen. Ihr werdet es nach Hause geführt, ab Mitternacht. Auch beim Massenball nächste Woche ist ein Rückfahrtdienst ab Mitternacht. 1993 werden wir es nochmal versuchen, wenn es uns gelingt, die achte Rohrbacher Faschingssitzung durchzuführen. Nun danke ich allen besonders den auswärtigen Gilden, dass wir uns ihre Gastauftritte dargebracht haben. Und unseren Präsidenten, Vizepräsidenten, Entschuldigung, aus Niederösterreich, nochmals herzlichen Dank für die Auszeichnung. Die Eulen kann uns wieder in euch das Möge sich für diesen Superabend noch bedanken mit einem kräftigen A, E, I, O, U, 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 Dankeschön. Bitte, Abweichsmusik. Beinahe hätte ich etwas vergessen. Lieber Rute Putz, komm zu mir. Nochmal besten Dank. Ich glaube, er hat es gut gemacht. Applaus für uns und Rute. Recht herzlichen Dank. Keine Kunst, wunderbares Publikum, wunderbare Stimmung, großartige Künstler. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vor allem kommen alle gut nach Hause. Nach so einem schönen Fest wird nichts passieren. Alles Gute für 92, für eure nächste Vorbereitung. Es ist viel Arbeit. Ich glaube, ich werde es übermorgen schon anfangen müssen, um dieses Programm zu überbinden. Recht herzlichen Dank. Danke vor allem für die gute Stimme. Wenn ich in der Schulkasse auch so eine hätte, hätte ich keine Probleme. Dennoch habe ich so auch nicht viel. Ich lese halt nicht in der Schule. Arbeitsbücher an der Arbeitsbücher. Ein Hochverbrechsmusik. Ein Hochverbrechsmusik. Ein Hochverbrechsmusik. Aber aber wollte ich in der Hochverbrechsmusik. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben sie an!